Das finde ich jetzt ein bisschen sehr konstruiert, dass man da jetzt auf Kramp irgendeine... Yo, schwarzer Dresscode, Spaceship, Facelift, Panamera Flow, so geht's. Die neue Kollektion von Ole Kalah, wie schon rein? Herzlich willkommen zum nächsten... Sehr, sehr geiles Setup mit dieser Bühne, den grauen Wänden. ...kollektionserklärungsvideo hier auf Schulpräsentation angelehnt mit meinem Co-Kommentator Gim Tabrail. Heute... Gim Tabrail. Hier auf Schulpräsentation angelehnt mit meinem Co-Kommentator Gim Tabrail. Heute dürfen wir euch... Er sagt schon gar nichts mehr. ...präsentieren. Die 13. Kollektion. Es wird wieder Wahnsinn. Wir haben einen krassen Namen. Den du erklären darfst. Ja, der Name heißt CC. Ich gebe weiter an Tim. Die Kollektion heißt CC. Wir haben im Endeffekt quasi Core Collection, in dem Fall. Ah, sie machen Basics. Verstehe. Und CC. Ich kann euch hier kurz so die Präsi einblenden, damit ihr vielleicht die Gedanken... Clarity Classic Community Constant Core Collection. Die hatten anscheinend zwei Stunden Brainstorming und haben alle Wörter, die in einem C reinfällt, dann auf diese Folie gepackt. Wenn ihr besser versteht, als wenn ich das jetzt hier eine halbe Stunde erkläre. Wir haben eine Komponente. Das C ist quasi eine Konstante. Also Qualität und alles, wofür wir stehen, was einen roten Faden ist, was ihr immer erwarten könnt bei uns. Die Gedanken, die da auch drinstecken und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist es die Variable C, die sich immer wieder austauschen kann. Weil ihr seht das, wir haben jetzt einerseits etwas, was länger verfügbar ist. Und sonst haben wir noch unser bewährtes Konzept, wo wir einfach Kollektionen machen, wo wir uns austoben können, ausleben können. Weil wir immer eine neue Idee haben und da wollten wir uns den Raum geben und da hat CC am besten gepasst. Liebe Leute, wie immer, es ist der Klassiker. Ich finde den Schnitt schön vom Sweater. Fliegen nicht ganz so viele Teile hier im Hintergrund bei mir rum. Es sind, um genau zu sein, fünf Teule. Wir fangen an mit dem ersten... Fünf Teule, man kennt's. Vielleicht der Kragen etwas zu weit für meinen Geschmack, aber bei Tims Hals ist das schon mal notwendig. Und zwar unser guter alter Fleece. Ihr kennt Fleece von uns, haben wir in mehreren Kollektionen schon verwendet. Finden wir einen sehr, sehr angenehmen Stoff. Dieses Mal aber haben wir eine etwas andere Variation. Ihr kennt normalerweise nur den Half-Sip von uns in der Fleece-Variante. Dieses Mal haben wir hier wie ein Half-Sip. Tims Hals hat eine Fleece-Sip-Jacke gemacht. Der Schnitt ist inspiriert von unserem letzten Half-Sip hier mit dem Rack. Ja, ist nicht so ganz mein Fall. Da gefällt mir der Sweater einiges besser. Dann hier die Stoffeinsätze mit Ripstop. Aber vom Schnitt her ist es eigentlich das Gleiche, denke ich mal. Aber prinzipiell nicht so Half-Sip-Freund. Natürlich jetzt, wie ihr sehen könnt, relativ einfach zu erkennen, mit einem Reißverschluss bis ganz nach unten. Und dann Taschen. Aber bitte, was soll der Gürtel, Tim? Uiuiuiui. Über die Tim euch jetzt eine Geschichte erzählen wird. Ey, Digga, ich wüsste, wenn der Scheiß kommt. Ja, also diese Taschen sind komplett in Handarbeit gemacht worden. Wir haben halt die Taschen angeguckt und dann haben die uns halt aus der Fabrik die geschickt, die mit den Maschinen gemacht werden, die waren halt übel dünn. Und Nico und ich haben uns halt so angeguckt, haben mir gesagt so, ey Bruder, die kommen nicht so geil. Und dann haben wir gesagt, ey mach die mal dicker und so. Dann haben die uns dort in der Firma... Ja, okay. ...alle gesagt so, mach das nicht, die haben nicht die... Spannende Story. ... dafür, bla bla, das muss man an der Handarbeit machen. Und wir haben gesagt, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. So seid ihr sicher? Das wird viel, viel teurer. Okay, er macht wie immer Team Gabel mäßig voll die Story draus. Das sind so kleine Details, wo wir dann auch einfach sagen, ey scheiß drauf, auch wenn das Teil jetzt vielleicht drei, vier... Gut, also was er sagen möchte ist, auch wenn es teurer ist, ihnen ist es das wert, weil da steht auch für Qualität das C. Und darum haben die das gemacht, auch wenn es teurer wird. Aber sie verkaufen es trotzdem zum selben Preis. Fünf Euro mehr kostet wegen einem... Ehrenaktion quasi, teure Produktionskosten, aber selber Preis. ...dieser Details, dass wir es einfach machen, weil wir es cool finden. Summa summarum, Taschen sind am Start und dann... Sehr gut. Das werdet ihr auch noch ein paar Mal sehen, haben wir hier einen Stick gemacht mit der Font der diesmaligen Kollektion. Black on Black, ganz normal. Und ja, ich glaube, viel mehr muss man zu dem Teil nicht sagen. Fleece, kauft Fleece bewusst. Wir wissen, Fleece wird aus 100% Polyester produziert, ein langlebiges Teil, aber tragt es auch dementsprechend oft. Denkt also drüber nach. Aber von allen Verarbeitungsschritten her können wir... Ja, wie gesagt, der Kragen, der fällt mir auf. Der ist schon sehr, sehr weit beim Sweater. Da die beste Qualität garantieren. Vor allem finde ich es schön, wenn man einen Kragen macht, dann macht man den etwas dicker und dann liegt der da an. Represent macht das sehr, sehr gut. Wir haben uns da auch ein bisschen was bei Represent abgeschaut, weil ich finde, die machen das beim Sweater einfach am besten. Soll ich ganz ehrlich. Fahren fort, Freunde, mit dem T-Shirt. Das T-Shirt ist eigentlich relativ simpel. Schnitt kennt ihr ja mittlerweile von unserem T-Shirt. Schnitt ist nice, Classic Oversight Schnitt. Wir haben uns daran geändert. Die Qualität ist auch dieselbe geblieben. Wir haben uns hier einfach dazu entschieden, einen simplen Stick hier auf die Brust zu machen. Genauso wie auch beim Brust. Das ist ein schwarzes T-Shirt, das ihr jederzeit mit allem kombinieren könnt. Okay, machen wir weiter mit... Okay, aber wenn es zu schnell geht, was reden die dann noch? Zwei Teilen, wo wir dieses Mal mal was ganz Neues gewagt haben. Und zwar einen Teil seht ihr bereits an mir. Es ist der Sweater. Auch hier, wie gesagt, also dieses Mal gibt es keine krassen Artworks oder sowas. Es gibt immer nur Minimalisten. Wie gesagt, den finde ich sehr gelungen. Auch vom Schnitt her schaut sehr boxy aus. Man wirkt relativ breit damit. Das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen Sinn dahinter. Stick kann man machen, muss man nicht, aber kann man machen. Kragen bin ich nicht zu ein Fan, weil, wie gesagt, etwas zu weit offen für meinen Geschmack. Hier seht ihr in der Mitte auf der Brust und unser... Sieht man auch daran, dass hinten dann beim Genick quasi, wenn das dann so runterhängt, dann merkst du, ui, 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 das ist zu weit. Ziel war so ein bisschen mit den Sachen, die wir jetzt hier gebracht haben, einen Teil zu bringen, das man als Basic benutzen kann, was einen leichten Oversize-Schnitt hat, was aber auch jetzt nicht zu extrem ist. Ihr seht ja an mir, wie das Ganze fittet. Es ist meiner Meinung nach ein angenehmer Oversize-Fit, der eine gute Verarbeitung, sehr gute Qualität hat. Wenn ihr einen geilen Crew-Nick haben wollt oder auch einen Hoodie, seid ihr damit auf jeden Fall super bedient. Ihr seht es ja auch an mir, wie das fittet das Ding. Würdest du dir was holen? Am ehesten noch den Sweater, wenn halt nicht dieses Problem mit dem Kragen wäre. Ansonsten habe ich ja eigentlich alles von M&M und klar, meine Marke, aber da stecken ja auch meine Vorstellungen drin und die entsprechen meiner Vorstellung und deswegen, ja. Wenn ihr darauf Bock habt, seid ihr dann... Das sind schwarze Produkte, jetzt so, sozusagen. Würde ich sehr gut bedient. Also, dann fahren wir fort mit dem Hoodie. Der Hoodie-Schnitt ist sehr, sehr ähnlich von den Hoodies, die ihr bereits von uns kennt. Wir haben allerdings ein paar kleinere Anpassungen gemacht, damit der Stoff mit dem Schnitt perfekt harmoniert. Ihr könnt ja hier auch auf den Fit-Bildern sehen, dadurch, dass es... Ja, ist auch in Ordnung. Gefällt mir das Sweater aber besser. Das ist eine extrem hohe Grammatur. Es verhält sich der Stoff immer ein bisschen anders. Darf ich es auch schön gemacht, wie sie das gefalten haben. Etwas raufgezogen, damit die Brustasche drüber geht. Das gefällt mir vom Schnitt auf jeden Fall besser als Peso. Und auch hier haben wir den Stick auf der Brust gemacht. Genau, also der ist auf der Brust und nicht in der Mitte. Und ist ein Ticken kleiner. Und ansonsten habt ihr hier auch einfach diese sehr, sehr massive Qualität vom Stoff. Kapuze auch so schön mit Stand, das mag ich zu. Die massive Qualität. Ja, ja. Das mag ich persönlich sehr. Ja. Fahren wir fort mit dem letzten Teil. Ihr seht schon, Tim und ich tragen die Hose bereits. Und zwar haben wir diesmal wieder eine Anzugshose. Der Klassiker für uns. Ja, tragen die gern. Passt zu ihnen. Nicht ganz mein Fall. Aber steht ihm sehr, sehr gut. Und ich glaube, der trägt sowieso nichts anderes. Diese ganze Geschichte mit dem, was wir machen, sind wir Fans von Anzugshosen. Und jetzt haben wir eine gemacht, wo wir sagen, qualitativ vom Stoff her, vom Schnitt her. Das ist eine Hose, die könnt ihr auf jeden Fall lange in eurem Kleiderschrank lassen. Wenn Anzugshose dann schon etwas straighter und nicht ganz so baggy. Ich finde, Represent hat da jetzt eine schöne Lösung gefunden. Finde ich vom Fit her besser. Das mit dem Dings, die da oben, ach so, das ist so eine eigene Geschichte. Vom Fit her finde ich die etwas besser, weil es straighter nach unten geht. Das ist italienischer Stoff. Die ganzen Spezifikationen, was genau, wie viel drin ist, habt ihr nochmal im Anhang oder auf der Website. Da könnt ihr euch austoben, könnt ihr euch alles angucken. Aber wir wollen jetzt auch nicht euch nerven mit den ganzen Sachen. Auch hier, wir machen sehr, sehr lange die Hosen. Nico und ich sind ein Riesenfan davon. Du kannst die eigentlich zu jedem Anlass tragen. Du kannst gechillt damit rumlaufen oder auch nicht. Wir haben hier den Schnitt jetzt dieses Mal, sage ich mal, auf unsere aktuellsten Bedürfnisse so angepasst. Also die Hose ist einfach breiter. Wir sind jetzt gerade mittlerweile eher so auf dem Trip, dass wir die Hose ein Ticken breiter mögen und wollen. Ihr seht ja den Fit, wie es aussieht jetzt gerade bei uns. Vielleicht war er bei dir ein bisschen besser sichtbar. Ja, ich finde aber im Nico passt die Hose besser. Wenn du den Schuh trägst, aber unserer Meinung nach einen Topfit, den könnt ihr immer tragen. Auch mit einem Anzugsschuh oder wie auch immer. Wir hatten damals so die Idee, dass wir diese Max gemacht haben. Die gesehen, die haben wir nur für uns selber gemacht. Also wir haben die auch produziert. Und wir haben jetzt das erste Mal ein Magazin gemacht, auch für euch. Nicht wegen Geld. Das kriegt ihr dieses Mal gratis mit dazu geschickt. Und zwar wollen wir euch so ein bisschen mitnehmen auf diese ganze Reise, die wir gemacht haben. Das ist wie gesagt die 13. Coole Idee. Da merkt man auch, dass da ein fettes Team dahinter steht, wo sich viele Leute Gedanken machen oder viele Projekte mit anlaufen und parallel entwickelt werden. Und gehen so jede Kollektion durch und gucken vor allem so, ich sag mal, was halt so wirklich behind the scenes passiert ist. Also nicht so dieses klassische, wir inszenieren uns das jetzt aus der besten Seite zeigen, sondern so wirklich, was ist passiert in diesen Kollektionen. So intern gab es da Flops, dies, das. Und das schicken wir euch quasi dann zu. Die haben wir jetzt gemacht und die sind in jeder... So schafft man auch verbunden zur Marke, finde ich gut. Die Kollektion ist quasi ein Magazin dabei, wo wir diese ganze Timeline aufgreifen. Ich fand eigentlich den Magazin-Überschnitt ganz geil, um jetzt darauf einzugehen. Ich glaube, die Historie beschreibt auch ganz gut den Aufhänger, warum wir uns dazu entschieden haben, eine sehr runtergefahrene Kollektion mit nur fünf Teilen zu bringen, die auch komplett schwarz ist. Na ja, damit man Produkte hat, die länger im Stock sind, damit man während der Kollektionen auch verkaufen kann. Das ist der Sinn davon. Es könnte vielleicht im ersten Moment so wirken, ja hey, die machen jetzt auch einfach hier ihre Basic-Teile, wollen jetzt hier ihr Cash machen. Ja, wir wollen unser Cash machen, aber dazu gehört noch einiges mehr. Und zwar haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht, was eigentlich in den letzten Jahren so passiert, nicht nur in der Modewelt, sondern auch generell in der Social-Media-Welt, Internet-Welt und Co. Alles sehr schnelllebig geworden. Man konsumiert immer mehr, immer schneller, immer härter so, egal welche Plattformen es ist. Ich glaube, er denkt an die Vlogs mit Ron. Ja, es ist, man wird einfach nur noch zu bombardiert damit. Also wenn ihr den Trailer gesehen habt, ich glaube, man merkt auch so ein bisschen so, was da die Message so dahinter sein soll. Gerade auch in der Modesszene. Den Trailer haben wir natürlich nicht gesehen, leider. Wo war der? Natürlich auch sicherlich irgendwo eine Konfrontation generell an die Szene, auch eine Konfrontation an uns selber, aber diese Geschichten, dass immer alles sold out sein muss, immer exklusiv, immer muss man unbedingt das Neueste haben, was unbedingt so wenig Leute wie möglich haben können, ist zwar irgendwo ein schöner Gedanke und das gehört auch irgendwo dazu, aber meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach hat es ein bisschen Überfluss genommen in den letzten Monaten und Jahren und die Kollektion soll einfach so ein bisschen so die Gedanken... Dadurch nimmt man auch den Druck von sich selbst. Es muss sold out gehen, kann man natürlich auch machen. Ich bin halt auch wegen der Nachhaltigkeit eher ein Fan davon und ihr wisst das bei MAM eher ein Fan davon, eine Kollektion zu machen, die auf einer Stückzahl zu minimieren, wo wirklich die Leute, die sich drum bemühen und das ist nicht komplett... Also für jemanden, der unbedingt ein Piece von MAM haben will, der hat die Möglichkeit zu preordern für eine Stunde. Das heißt, wenn du wirklich ein Ding haben willst, dann schaffst du es. Aber die Stückzahl wirklich so gering zu halten, dass nur die Leute was bekommen, die auch was haben wollen und dann geht man weiter zur nächsten Story. Und dann kann es mal passieren, dass ein Stück absolut durch die Decke geht und dass es dann nichts mehr gibt, hat man auch schon den Fall, aber im Prinzip haben wir durch die einigen Kollektionen schon gelernt, wie viel kann man in Stock geben und wie viel nicht. Dazu beschreiben, dass wir in unserem eigenen Kopf so eine Gegenbewegung dazu setzen wollen und einfach sagen, ey, es gibt hier fünf schwarze Teile, die sind qualitativ auf einem sehr guten Niveau und sind aber trotzdem am Zeitgeist dran. Und auch das, was wir fühlen, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube auch so dieser Kopfweg von, weil eigentlich ist es ja so Drop immer, du musst alle drei Monate einen Drop machen, dann guckst du, was ist gerade im Trend und bla und auch, dass man so sagt, ey, wir wollen weg vom Hype und wollen auch unseren eigenen Film entwickeln, sodass wir nicht irgendwie so... Ja, das kann man ja. Die Kreativität wird halt sehr, sehr ausgelaugt. Das soll nicht heißen. Das finde ich zum Beispiel nicht. Also mir macht es viel mehr Spaß, Korrektion zu Korrektion, Geschichte zu Geschichte, als wie, wenn ich jetzt nur mit den Basics weitermachen würde, wie wir es zum Beispiel beim Lemon Drop gemacht haben. Also in den Monaten, wo ich wusste, jetzt kommt Lemon Drop, ich habe mich lang nicht mehr so gelangweilt gefühlt, sage ich ganz ehrlich. Jetzt, wo ich war als Kollektionssteller und pam, pam, kann ich schon wieder nicht schlafen, weil ich so viele Ideen habe. Das andere Leben ist ja. Deswegen habe ich meine Marke, damit ich kreativ sein kann und geile Produkte machen kann, geile Geschichten, geile Storylines, eine Identifikation damit, das taugt mir einfach. Das ist genau der Grund, warum ich weiß auch nicht, warum ich eine Modemarke habe. So, man will sich jetzt selber keinen Ansporn setzen. So, natürlich wollen wir neue Sachen machen, neue geile Sachen machen, aber es ist, irgendwann wird es halt so, okay, du musst halt jetzt diesen Drop machen und dieser Drop muss jetzt sold out gehen, sonst bist du halt so gefickt. Ja genau, das verstehe ich. Also ein unschönes Gefühl, um sich kreativ entfalten zu können. Das ist jetzt sicherlich auch nicht die endperfekte Lösung, aber es ist für uns ein Schritt, vor allem für dieses Jahr, was wir mit der Brand machen wollen, dass wir sagen, ey, es wird jetzt auf jeden Fall nicht mehr diese Hektik beim Kunden geben. Davor hat man so immer gedacht, man hat unendlich viel Aufmerksamkeit, man hat unendlich viel Zeit auch irgendwie, die man am Handy verbringen kann, aber jetzt merkst du irgendwie, du kannst nicht mehr alles konsumieren, es entstehen jeden Tag noch mehr Informationen und jeder kämpft um deine Aufmerksamkeit. Also so ein Aufmerksamkeitskampf, um damit Geld zu verdienen. Der einfachste, primitivste Mechanismus, das auszunutzen, damit auch sehr viel Geld zu verdienen, ist, Leuten Angst zu machen. Leuten Angst zu machen, dass sie etwas verpassen. Ja, prinzipiell bin ich ja immer ein Fan davon, wenn man dem Ganzen so ein bisschen Substanz verleiht und einen Ausdruck damit haben möchte, aber das wirkt für mich jetzt relativ konstruiert. Wir kriegen da jetzt so eine Geschichte erzählt, aber Leute, das sind fünf Basic-Produkte in schwarz, mit schwarzem Stick. Das heißt, schwarze Shirt, schwarzer Sweater, schwarze Zipjacke und schwarzer Hoodie. Ich weiß nicht, was man da jetzt... Okay, wir haben die Teile gesehen, das war die Vorstellung dazu. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr konstruiert, dass man da jetzt auf Kramp irgendeine wichtige Message noch mit hat. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den Produkten, schauen gut aus. Das zu dem.